Hi Leute, ich bin wieder zurück mit einem Rossmann Haul, ich fange einfach mal an, wie immer, mit Tee fange ich heute an und zwar habe ich mitgenommen, hier Limited Edition Früchtetee, einmal Erdbeer, Himbeer und Pfirsich Maracuja, die kann man wohl kalt aufgießen, also wie so eine Art Eistee, ja, bin ich mal gespannt, wie das so ist und dann habe ich noch einen neuen Tee mitgenommen, den ich vorher noch nicht probiert hatte, grüner Roybusch-Tee, Sonne Afrikas, Mango-Ananas, Banane, Oh, ich merke gerade, da ist irgendwie ein bisschen was ausgelaufen, das geht irgendwie nicht richtig zu, hier die Packung, naja, wie auch immer, Von Isana ein Duschgel, Festival Love, duftet nach Vorfreude und Jasmin, das ist eine Limited Edition, das habe ich heute ganz neu gesehen, das stellen wir mal gleich zur Seite, jetzt habe ich das dann wieder abputzt, ja, jetzt ist das natürlich überall drauf, naja, passiert jedem mal, von Domol, Vollwaschmittel für die Kleidung von so einem Kleinen, Prä-Nahrung, kennt ihr, dann habe ich mitgenommen, mal heute, da gab es einen Coupon in der App, von Babytree, Mini-Zwieback, ab dem siebten Monat, er ist jetzt sieben Monate alt, und dann habe ich hier mal das mitgenommen, ich denke mal gerade so, ja, in die Hand geben, zum dran lullen, dran lutschen, ist das ganz geschickt, mal so für zwischendrin, oder auch zusammen mit einer frischen Banane oder so, dann habe ich für mich mitgenommen, weil es aktuell diese Woche 20% auf Ena-Bioprodukte gibt, habe ich mir die Mini-Maiswaffeln mit Tomate-Basiliko mitgenommen, dann nochmal zwei Duschgäle von Fah, weil da diese Woche, ähm, ich glaube, ein Duschgäle für 77 Cent, habe ich einmal das Ipanema Nights mit Maracuja-Extrakt und Jasmin und einmal Gurke und Fresenien-Duft mitgenommen, und dann habe ich noch feuchte Toilettenpapier mitgenommen, einmal gab es in der App ein Coupon, 50% reduziert, da habe ich hier die Doppelfachung mitgenommen, mit Aloe Vera, und dann gab es in der Maracuja-App, konnte man zweimal einlösen, also zwei Päckchen, auch 50 Cent Club-Rabatt, da habe ich dann einmal Kamille und so sanft und froh mitgenommen. Und das war es auch schon wieder. Heute, ja, kurz auch aus meinem Haul, heute war ich schon einkaufen, das Wetter, ich habe, beziehungsweise meine Schwiegermutter, meine jetzt offizielle Schwiegermutter nach der Hochzeit, ist mit mir gefahren und wir konnten kaum was sehen, es hat so geschüttet, es war der Wahnsinn. Ich glaube, wir sind in Schritttempo gefahren, das ging gar nicht. Aber wir konnten unseren Einkauf erledigen und dass ich euch hier das zeigen kann. Und dann sage ich Tschau, bis zum nächsten Video. Tschau, bis zum nächsten Video.